Wir blicken in die Ukraine. Der von Russland ja aufgekündigte Getreide-Deal bedeutet dort für Millionen Menschen eine große Herausforderung wirtschaftlicher Natur, für Millionen Menschen in Afrika, aber vor allen Dingen auch potenzielle Hungersmitte. Vielen Bauern in der Ukraine wird dagegen die Existenzgrundlage entzogen. Sie werden ihre Ernte nicht mehr los. Reporter Max Hermes hat einen von ihnen in Odessa getroffen. Seit 51 Jahren arbeitet Volodymyr in der Landwirtschaft, ist inzwischen Besitzer einer eigenen Farm. Eine Notlage wie die jetzige hat er noch nie erlebt. Nach dem geplatzten Getreide-Deal bleibt er auf seiner Ernte sitzen. 400 Tonnen Weizen und 40 Tonnen Gerste drohen ihm durch die Hände zu rinnen. Wenn ich meine Ernte nicht bald verkaufen kann, werde ich bankrott gehen. Ich brauche das Geld, um die Ernte für das Jahr 2024 vorzubereiten. Die einzige Chance, daran zu kommen, ist es, die Ernte von diesem Jahr irgendwie an den Mann zu bringen. Auf den Autobahnen vor Odessa stauen sich die Lkw. Produzenten, die Getreide einlagern wollen, solange die Silos noch nicht voll sind. Wer es schafft, seine Ware zu verkaufen, muss dagegen mit deutlichen Verlusten rechnen. Während die Preise nach dem geplatzten Getreide-Deal auf dem Weltmarkt gestiegen sind, sind sie innerhalb der Ukraine dramatisch gesunken. Bis zu 40 Prozent weniger können Bauern beispielsweise für ihr Weizen verlangen. Derweil sucht die Politik nach Alternativen, um das Getreide auch abseits des Wassers auf den Weltmarkt zu bringen. Wir sind dabei zu untersuchen, wie wir das Getreide über die Straße oder Schiene transportieren können. Aber natürlich steigen dadurch die Preise. Ich hoffe deshalb, dass der Verstand einer zivilisierten Gesellschaft gegen den eines kleinen Diktators gewinnt und wir den Getreide-Deal wiederbeleben. Für Farmer Volodymyr ist klar, der Westen ist jetzt am Zug. Es gibt nur eine Möglichkeit. Die gesamte internationale Gemeinschaft sollte Druck ausüben auf Putin, um den Getreide-Deal zu erneuern, damit wir unsere Ernte verkaufen können. Spätestens in sechs Monaten werden die Körner des 74-Jährigen unbrauchbar sein. Doch der Unternehmer braucht schon vorher eine Lösung. Für die Ernte im kommenden Jahr ist es sonst zu spät. Und dann wird es jetzt ein paar Minuten, um den Getreide-Deal zu erneuern.